Dafür ist es noch zu früh. Sicher? Was ist mit deinen Freunden? Und unsere Familien? Warte, unsere Familien? Willst du nicht meine Brüder und meine Schwester kennenlernen? Lass uns reingehen. Ich weiß noch nicht, was zwischen uns ist, weißt du? Es ist doch echt viel besser, wenn es was Ernstes ist. Ja. Ruf mich an. Ruf mich an.